jetzt geht es aber los ich bin ich bin da leute schon wieder noch die barbara weiß war hat man doch heute schon mal so ein verwandten oder schon wieder nur so alleine und geister event kruzifix und dreckiges wasser das ist ja echt nicht geil bmf foto habe ich ich habe also ich habe temperatur barbara weiß ja ich nehme erst mal kameras barbara weiß ich bringe erst mal alles ins haus was geht was geht le barbara die ersten türen werden schon geöffnet von ihr ja nur zwei könnte in der küche könnte küche werden gute einstellung ich komme hier also der erste teller liegt auch schon auf dem boden in der küche also meinst du küche und daher wahrscheinlich ja hast du das kuh mitgemacht? oh god ey schock mich doch mal hier war auch ein step direkt ich bringe neun stuff ich bringe neun stuff also gefühlt separatur sind nicht warnlos und sign also ge Zug also was fanden wir jetzt geisterbuche? Kruzifix und dreckiges Wasser und Zeuge. Richtiger Zeuge. Kruzifixe sind schon drin oder was? Ja, habe ich beide mitgenommen. Hat schon jemand die Geisterbox benutzt? Nee, die habe ich nur reingeworpt. Kannst du mich hören? Wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Er kann nichts machen, wenn du mit reingehst. Ja, aber vorher hat er auch schon nicht reagiert. E.M.R. 5. Das heißt wir haben E.M.R. 5 und Geisterbuch, ja? Ja. Also Geisterops auch keine in der zweiten Kamera. Revenant, Shade oder Oni? Also für Oni bräuchten wir die Forks, Shade Orb und Revenant Fingerabdrücken. Alles klar. Ops, das sieht ja nicht danach aus, außer ihr wollt die nochmal ausrichten. Wie sieht es mit unserer Sanity aus? Ja, da sind ganz gut 50, 60. Du 70, ja, tu nett. Wo bist du? Zeig dich! Ja, super. Hab ich gesehen. Bringt mir nur nix. Wo bist du? Wie geht es dir? Ist hier jemand? Bei mir kommt nichts erkannt. Ja, das hat dich ja auch die ganze Zeit. Kann jemand mal reinkommen bitte? Und mit, äh, hier die Tür, die Tür zum Bad ist, äh, Fingerabdruck. Super. Müssen wir ein Foto von ihm machen? Ne, Geister-Event. Wir müssen noch ein dreckiges Wasser brauchen. Ja. Ne, das würdest du ja schon hören. Ja, aber nicht von so weit weg. Ja, ich glaub schon. Wo ist ein Kruzifix? Haben wir die vergessen? Die liegen unten beide drin. Ah. Zeig dich. Wo bist du? Barbara Wright. White. Also Geisterobst kann ich immer noch keinen entdecken. Fingerabdrücke. Barbara Wright. Hast du gefunden, oder? Ja, haben wir gefunden. Barbara Wright. Barbara Wright. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Oh. Zeig dich. Oh. Ja, du bist. W Kerl. Wirklich. 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 Keine Postdrehenzelle Ja, ich komme Die ist die Krippe auch hochgelaufen Die hat mich gesucht, glaube ich Habe ich dir die Tür vor der Nase zugemacht? Mir? Ja Ne, ich war ja oben Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier rauskomme, Lieb Ja, du hast 26% Kruzifix ist abgehakt Fehlt noch Geister Event und dreckiges Wasser Wird aber ein bisschen schwieriger, würde ich behaupten Also oben war kein Platz Wo ist denn Jakob? Äh, gleich draußen Okay, also Sarah sollte nicht mehr reingehen Nur noch Mob und ich Wir haben nur noch drei Pillen Achso Ja, ich würde halt vielleicht nochmal nehmen, um Zeuge zu werden Ja Ja Das heißt, ich nehme eine Fotokamera mit und gönn mir Oh Also Keine Foto mehr Also, seine Stärke Doch, ich noch ein Seine Stärken bekommt er aus Elektro Ne Seine Stärke ist, wird schneller, wenn er seinen Opfer jagt Und seine Schwäche ist, versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam Was ein Loser, ey Also nicht wirklich was Tolles Ja Okay, ich hole mir ein Kruzifix und versuche dann Ihn zu stoppen, falls das was passiert Gut Ja, Weißbecken würde man hören Barbara White Barbara White Barbara White Zeig dich Zeig dich Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich Zeig dich Zeig dich Zeig dich Barbara White Gib uns ein Zeichen, Barbara Gib uns ein Zeichen Gib uns ein Zeichen Ja, die Zeichen höre ich die ganze Zeit Fällt die ganze Zeit irgendwas, aber Gib uns ein Zeichen Geht das nicht Geht das nicht auch als Event Wenn du so Zeichen hast? Kann sein Wo bist du? Barbara White Barbara White Oh Gleich geht's ab Ab sie Ab sie Erstmal abhauen Es fehlt jetzt auch nur noch das Geist der Event Äh, das dreckige Wasser Ja Ja Sie hat halt Sie hat halt nichts angemacht leider Ja Ja Ich denk mal Ich denk mal, dass das mit dem Ähm, was ja auch eine Glückssache ist, ne? Ja, irgendwann wird's schon ausge... Also irgendwann wird das ja passieren, aber wann ist die Frage Oder wir lassen's Oder wir lassen's Ich würd eher sagen, wir lassen's und nehmen die einen Zeitfaktor Okay Oh, da hast du ja voll gute Faktor Habt ihr Referendent ausgewählt? Yes, yes, yes Login Wir waren Starfotografen am Berg Oh, zeig die Schokoladenseite, ja genau Und jetzt nochmal drehen, oh ja genau, genau Oha, 195 Oha, 195 Nicht schlecht Das wird ja immer besser Was nicht besser wird, ist der Levelabstand Ich glaub, ich muss dich jetzt öfter betrügen, dass du stirbst So, hups, hups, ist sie tot, hups Upsi, scheiß Oh, jetzt hab ich aber zweimal zu viel in den Namen gesagt Ah, Mist Jage sie Jage sie Kein Problem, machen wir